Hallo, wie gesagt, draußen und willkommen zu einer Folge Rage Mode. Ja, das bringe ich jetzt das erste Mal auf meinem Kanal. Einfach aus dem Anlass, weil ich euch gleich mal ein bisschen was an meinen Stats zeigen möchte. Aber ist mir irgendwie ein bisschen... Oh! Zack! Ähm, ich hab bis jetzt zwölf Spiele gespielt. Und zwölf Spiele gewonnen. Und ich glaub, das ist schon mal eine nicht so schlechte Statistik. Ah, kommt da doch nicht raus, da? So, momentan haben wir eine 4-0-Akkad. Ah, er ist ein Death, aber fünf Kills haben wir schon. So, da haben wir sogar noch einen Tomahawk-Kill geholt. Wahnsinn! Es läuft wieder. Ähm, Rage Mode einfach, weil ich auch mal wirklich was anderes bringen möchte auf meinem Kanal. Oh nein! Oh, wir wurden gedemütigt. Ball hat dann 360 raus. Ich schaff's aber nicht so ganz. Oh, hinter uns! Nein! Mist! Dritte Mal gekillt. Mist, Mist, Mist. Sind wir schon irgendwie bei zu vielen Kills? Äh, zu vielen Deaths mache ich natürlich. Wart, von wo? Von wo? Und wir sind nur Zweiter. Das ist... Oh, Digga. Kommt der mir hier mit seinem schönen Tomahawk und will den mir an Latz ballern? Das gibt's doch gar nicht. Äh, ist auf jeden Fall ein Spiel, was schwer zu kommentieren ist, muss ich sagen. Lol. Leute, von da, von wo, von wo, von wo, von wo, von wo? Hui. Ach, scheiße. 500 Punkte führen jetzt mit 5 Punkten die... Äh, Tabelle quasi an. Beziehungsweise die Runde. Haben auch eigentlich eine relativ gute Karte. Die haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen sehr viele Deaths bekommen. Äh, geht aber, denke ich, auf jeden Fall noch alles klar. Und, äh, die Runde ist ja auch erst 2 Min. 15 alt. Haben noch jemanden schillig gedemütigt. Möste, Möste. Und wurden selber gedemütigt. Mist. Das hasse ich, wenn ich selber gedemütigt werde, weil man so viele Punkte verliert. Mist. Mist, da bekommen wir den Kill, aber er ballert uns doch selber weg mit, vielleicht sogar mit unserem eigenen Fall. Ich weiß es nicht. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Aber wir müssten führen. Wir führen deutlich. Bekommen auch wieder den Death. Äh, den Kill, aber halt auch den Deaths mit rein. Boah, jetzt machen wir hier Rage Mode. Jetzt rasten wir aus. Den natürlich auch an einer guten Position. Na, neun, alter, neuner Punkte. Okay, das geht wirklich. Ich bin zufrieden mit der Runde bis jetzt. Scheiße. Das ist sowas, das, äh, hasse ich. Beziehungsweise das. So, diese Kills will ich immer bekommen. Da brauchen wir zu lang zum Schießen. Haben den Kill, aber noch bekommen. Gut. Äh, 925. Die 1000 sollten auf jeden Fall im Bereich des Machbaren liegen. Hm. Nice. Oha. Wir haben... Was? Durch die Axt getötet? Das habe ich aber gar nicht gesehen. Von wo kam da die Axt? Okay, nice. Ähm. Ich dachte gerade, mein Minecraft hätte sich aufgehängt. Ich habe mich gerade so erschreckt. Ey, hätte ich jetzt hier 1000 Punkte, eine 1000-Punkte-Runde spielen können. Hä? Was war das denn? Das ist ärgerlich, sowas. Dann ist die Party ein bisschen... härter. Sauber. Fuck, Mann. Das ist so... Warum hängt sich mein Minecraft gerade die ganze Zeit auf? Okay, Double Kill. Jetzt komm du mir nicht wieder mit deiner blöden Axt. Mach da gut. Oh, mach diese Person auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und schon wieder bekommt sie uns... Und was ist mit meinem Minecraft los? Das ärgert mich gerade massiv. Ich möchte unbedingt die 1000-Punkte haben. Dafür habe ich noch 30 Sekunden Zeit. Jetzt haben wir... Hä? Warum habe ich denn das schon gewonnen? GG. Eigentlich geht das nur 6 Minuten. Oder vielleicht... Ach, weil ich die 1000-Punkte-Grenze erreicht habe. Ach so. Nice game. I won. Okay. Äh, okay. Äh, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war eine supergeile Runde. Ich öffne gerade versehen die Camtasia. Habe ich da immer noch in der Tasche-Leiste. War eine sehr geile Runde. 1000 Punkte. Krass auf jeden Fall. Ease win, würde ich sagen. Get rekt alle mal. Und dann würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es häufiger sehen wollt. Und dann war es das erstmal. Haut rein, Leute. Und schööööö. Vielen Dank.